Arsenal-Trainer Una Emery hat bestätigt, dass Peter Zech auch im anstehenden Premier League-Duell der Gunners gegen den FC Chelsea Peter Zech den Vorzug vor Bernd Leno erhalten wird. Für den Samstag ist es eine einfache Entscheidung für mich, sagte Emery während der Pressekonferenz am Donnerstag. Peter Zech kann weiterhin für uns beginnen. Ich glaube an ihn, Zech hatte bei der 0-2-Niederlage gegen Manchester City am vergangenen Wochenende einige starke Paraden, aber auch ein paar Unsicherheiten gezeigt. Ich bin glücklich mit seiner Leistung. Er hat Erfahrung, er hat Qualität, lobte Emery den Altstar. In der Sommerpause hatte Arsenal Leverkusens Bernd Leno für 25 Millionen Euro verpflichtet, um Zech, der in der vergangenen Saison nicht mehr den sichersten Eindruck hinterließ einen größeren Konkurrenzkampf zu bieten. Zum Saisonauftakt saß Leno entgegen aller Erwartungen jedoch nur auf der Bank, wenn Bernd für uns begonnen hätte, hätte ich ihm auch vertraut, sagte Emery, der jedoch gleichzeitig betonte, wie wichtig beide Torhüter für Arsenal seien. Werbung, Werbung 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 Werbung